Ja, hallo zu InsidePolitics. Wir sind heute mal wieder in Bozen und ja, neben mir, der Mann ist glaube ich schon bekannt, Sven Knoll. Warum sind wir eigentlich heute hier und was geht es bei der französischen Verfassungsreform? Okay, noch einmal. Hallo zu On The Grid. Claudia Schiesel, mein Name. InsidePolitics.